John MacArthur ist der wichtigste Vertreter der heilsnotwendigen Herrschaft Jesu, Lordship Salvation. Gemäß dieser Lehre müssen wir uns Gott als würdig erweisen, um gerettet zu werden. Dieses weit verbreitete Dogma ist aber falsch, denn die freie Gnade Gottes gibt seinen Kindern Heilsicherheit. Die biblische Freudenbotschaft ist, dass uns Gott souverän rettet, denn ausschließlich unser Glaube an das Werk des alleingenügenden Geschenks Jesu erlöst uns von Sünde, Tod und Gottferne. Wer im Glauben nach Golgotha schaut, ist aus Gnade erlöst worden, denn er vertraut auf die Treue Jesu. Wir dürfen auf dem Werk des Herrn ruhen, denn Gott rechtfertigt uns. Das heißt, er bezeugt unsere durch Jesus gewirkte Gerechtigkeit in einem öffentlichen Freispruch. Wer den Sohn Gottes als den Herrn bekennt, sagt, dass Jesus Yahweh ist. Das heißt, er erkennt ihn als den Gott und Schöpfer der Welt an. Er weiß, dass Kontemplation oder eigene Werke der durch Gott gewirkten vollkommenen Erlösung nichts hinzufügen können. In den Augen der Menschen sind gute Taten zwar ein Beweis für die uns von Jesus geschenkte Rechtfertigung, sie sind aber nicht der Grund für unsere Erlösung. Ernest D. Pickering, Arch Rutherford und Charles C. Ryrie sind Vertreter der Free Grace. In ihren Schriften beseitigen sie die gegen die freie Gnade angeführte Strohmann-Behauptungen der Anhänger der Lordship Salvation und zeigen die biblische Wahrheit auf. In den Augen der Menschen sind Vertreter der Vertreter der Vertreter der Vertreter der Vertreter der Vertreter